Boah, schau mal, da hinten ist ein Dorf. Oh ja. Aber bevor wir reingehen, ich hab Bad Omen. Ist das eine gute Idee? Ah ja, komm, die paar Pillager, die machen keinen Unterschied. Lass ich schnell das Weizen abbauen. Oh ja, das ist eine gute Idee. So. Schö, 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 schö. Äh, ich glaub, das war keine gute Idee. Was meinst du? Ey, babe. Ey, yo, wohin? Der, wieso laggt denn hier alles? Ey, yo, was ist denn hier los? Huuuuh!